Ich liebe, dass wir so viel aus den Produkten machen können. Es sind wirklich kleine Kunstwerke, die wir kreieren können. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Mich hat motiviert, dass ich eigene Kreationen entwickeln durfte. Das war wirklich eine grosse Chance, neue Dinge herauszufinden. Ein paar Dinge haben funktioniert und ein paar nicht. Aber am Schluss wurde alles super. Die schönsten Augenblicke sind für mich, wo mein Schaustück zuerst heil angekommen ist, hier in Luzern. Ich durfte es fertigstellen und wo es stand, war es zuerst hier. Und es war sehr schön. Ich nehme mit von diesem Wettkampf, dass ich neue Techniken lernen durfte. Auch von den anderen Kandidatinnen habe ich wirklich schöne Dinge gesehen, die man auch weiter ändern kann oder brauchen kann. Es ist wirklich schön. Ich würde definitiv weiterempfehlen, an der Schweizer Meisterschaften mitzumachen. Es ist eine grosse Erfahrung, auch für mich selbst, dass ich so viel dazu lernen durfte. Und jetzt wieder einmal einen Wettkampf zu machen, oder mein erster Wettkampf. Und das ist eine schöne Erfahrung, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.